Seit heute also ist die Messe auch für die privaten Besucher geöffnet. Was können die dieses Jahr erwarten? Leipzig ist neben der Frankfurter Buchmesse ja die wichtigste deutsche Literaturschau. Während in Frankfurt aber vor allem die Geschäfte gemacht werden, kann man sagen, dass sich die Literatur in Leipzig selbst feiert. Und genau das ist das, was die Besucher hier auch so schätzen. Nämlich neben der eigentlichen Buchmesse auch das Lesefest Leipzig liest mitzunehmen. Da finden mehr als 3000 Lesungen an teils außergewöhnlichen Orten statt, in Kneipen, Kinos, auch im Zoo. Und dann gibt es hier rund um die Leipziger Buchmesse ja auch noch die Manga-Comic-Convention. Die feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Es ist also davon auszugehen, dass in diesem Jahr besonders viele Cosplayer, Comic-Nerds und Manga-Fans in die Hallen strömen werden und ja, dieser Buchmesse auch eine ganz tolle, bunte Farbe mitgeben. Gastland werden in diesem Jahr die Niederländer, die Niederlande und die Belgische Region Flandern sein. Die wollen also die niederländischsprachige Literaturszene präsentieren. Der Vorverkauf für Tickets für die Leipziger Buchmesse lief sehr gut. Und insofern erwarten die Veranstalter hier ganz tolle Tage. Wie steht es denn allgemein um die Buchbranche? Mit welchen Hoffnungen kommen die Verlage zur Messe nach Leipzig? Ja, es ist bekannt, dass die Verlagsbranche nach wie vor kriselt. Es ist von Sparmaßnahmen die Rede, auch von Stellenabbau. Viele Verlage, insbesondere kleinere, haben mit der Inflation, auch mit den immer noch hohen Papierpreisen zu kämpfen. Und das führt dazu, dass vor allem kleinere Verlage entweder gar nicht nach Leipzig kommen können oder sich den Messestand mit anderen kleinen Verlagen teilen müssen. Aber die neue Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch hat auch betont, dass der Zuspruch der Aussteller immer noch ungebrochen ist. Vor allem die großen Verlage sind hier am Start, mehr als 2000. Und darauf aufbauend hoffen sie, dass sie vor allem die junge Leserschaft für sich gewinnen können. Und das ist auch der Eindruck, den ich hier habe, nach der ersten Stunde, die die Buchmesse in Leipzig eröffnet hat. Ich sehe ganz viele junge Gesichter, Schülergruppen, Studenten und auch dafür steht die Leipziger Buchmesse. Wo wir gerade bei den jungen Leuten sind, aktuell soll es da einen Trend geben namens BookTok. Was genau verbirgt sich dahinter und welche Rolle spielt das in Leipzig? BookTok könnte man sagen, ist so eine Art modernes Fuitant. Es bedeutet ganz konkret, dass junge Leser Bücher empfehlen und auch kritisieren auf der sozialen Plattform TikTok. Dort werden also einerseits Bestseller geboren, dort werden aber auch die Klassiker wiederbelebt, kann man sagen. Junge Leute erzählen dort, welche Bücher sie bereits gelesen haben, welche sie noch vorhaben zu lesen. Und das kann natürlich der Verlags- und Buchbranche nur gut tun. Denn BookTok findet mit einer extremen Reichweite statt. Weltweit gibt es mehr als 30 Millionen Einträge unter dem Hashtag BookTok. Und das wissen die Verlage für sich zu nutzen. Sie nehmen die junge Leserschaft hier sehr ernst. Und deswegen wird es auch auf der Leipziger Buchmesse einige Aktionen unter dem Stichwort BookTok geben. Influencer sind ja im weitesten Sinne dann immer auch die Gäste auf so einer Buchmesse. Wenn wir mal ein bisschen Name-Dropping betreiben wollen, was für Prominente werden denn da erwartet? Ja, eröffnet hat die Leipziger Buchmesse ja gestern Abend bereits Bundeskanzler Olaf Scholz, der in dem Zuge auch den Literaturpreis für die europäische Verständigung an einen deutsch-israelischen Philosophen vergeben hat. Ebenfalls hier zugange sein wird heute der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich vorgenommen hat, insbesondere mit Ausstellern ins Gespräch zu kommen. Dann, um mal einige berühmte Autoren zu nennen, wird Bernhard Schlink hier ein neues Buch vorstellen. Auch Marc-Uwe Klingen, der mit einem Kinderbuch am Start ist. Die zwei Schauspielerinnen Uschi Glas und Sandra Hüller werden hier sein. Und auch der Ex-Profi-Fußballer Thomas Hitzlsberger, der sein neues Buch über Vielfalt im Fußball vorstellen möchte. Und dann gibt es am Nachmittag auch noch was zu feiern, denn der Preis der Leipziger Buchmesse wird zum 20. Mal verliehen. Kann man denn schon sagen, wer sich da Chancen ausrechnen darf? Dieser Preis wird ja in drei Kategorien verliehen, nämlich Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Er ist mit mehr als 60.000 Euro dotiert. Und mit Blick auf die Nominiertenliste ist aufgefallen, dass vielen Kritikern die Namen, die dort stehen, gar nichts sagen. Das ist also das Besondere. Offenbar war es der Jury in diesem Jahr besonders wichtig, nicht den Verlagen und Autoren eine Chance zu geben, die ohnehin in den Spiegel-Bestsellerlisten zu rangieren, sondern eben eher den kleineren Verlagen und noch unbekannten Autoren die Chance zu geben, den kleinen literarischen Schätze zu würdigen. Besonders ist auch, dass in diesem Jahr zum ersten Mal ein sogenannter Graphic-Novel auf der Nominiertenliste steht. Das ist also eine Art Comic. In dem Fall der Titel Genossin Kuckuck von Anke Feuchtenberger. Das ist also ein aufwendig inszenierter Bildband, an dem mehr als zehn Jahre gearbeitet wurde und der vor allem von seinen grafischen Darstellungen lebt. Auch das ist neu. Leipzig versucht also hier auch Trends zu setzen. Wer am Ende da aber das Rennen machen wird, darüber wage ich an der Stelle noch keine Prognose. Dankeschön. Katja Stieler in Leipzig.